Musik Gerechtigkeit kann hart sein, aber es ist immer noch Gerechtigkeit. Musik Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Musik Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch auffällt. Er wird eurem Ruf nicht widerstehen können. Musik Der Titel der Stane ist eine Ehre. Musik Er muss sterben. Er hat den Tod verdient. Und eure Aufgabe ist es, ihn zu töten. Musik Wir wurden geschaffen, um zu herrschen. Musik Er hat den Tod. Musik Er hat den Tod. Was ist besser als gütiges Wesen geboren zu werden oder das Böse in euch durch große Anstrengungen zu überwinden? Was ist besser als gütiges Wesen?